schon mal palmholz gesehen einer frisch umgefallenen palme die palme ist heute durch ein unwetter umgekippt bei uns im garten und hier vorne am oberen teil so abgebrochen ganz nasses holz ja sehr interessante beschaffenheit ich glaube da kann man nicht viel draus machen das kann man so richtig und dann zu drücken habe ich auch schon noch nie gesehen sehr interessant wie so ein vollgesogener schwamm vollgesogener harter schwamm aus oder wie so bauschaum irgendwie nasser bauschaum